Hallo zusammen, ich bin Laura, ich arbeite bei Betty Bossi im Marketing und ich zeige euch heute in meinem Kitchen Hack, wie man Kräuter schnell und einfach schneiden kann. Für das nehme ich ein Glas mit Kräutern, so wie hier, nehme ich eine Schere und schneide es gleich im Glas hinein. Und so kann man sauber Kräuter schneiden. Bis zum nächsten Mal.